Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 7. Wir gucken jetzt mal, wie wir jetzt in die Uhr reinkommen. Kannst du mir so nicht nehmen, warte doch, kann ich. Wo ist denn Ovi-Line? Scheiße. Ah, die brauche ich. Ach, nö. Warte mal. So, bitte lass dir was cooles drunter. Natürlich nicht. Ne, die Brorichnung, ey. Wo ist die alte? Ne, ne, ne. So. So. Da lass ich ja wie die Piss, ey. Ha! Da laufen wir mal hier rein. Hm. Mist, 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 Mist! Ah, scheiße! Ich habe schon mal hier. Ich habe gewusst, dass ich sie mich sein sollten. Oh, das ist aber auch gut. Ich habe nicht eingehen, aber auch schon mal hier. Entstehen, nicht so gut. Was ist das tier eine Handverständliche? Die Brorische Hand pouquinho? Wie ist dieser Lauf? Der Kino ist das? Ich habe nicht die Mühe. Ah, da habe ich natürlich kein Schlüssel von. Scheiße, kann ich auch nicht aufnehmen, das muss ich immer wegschmeißen. Jetzt kriege ich das gute Zeug nicht mehr mit in die Menge. Eigentlich brauche ich die Scheiße hier gar nicht. Okay. 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 Viel zu wenig Munition, viel zu wenig. So, ich habe den Hebel, also muss ich da hinten wieder zurück in der Küche. Okay. 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 Sie ist oben. Oh, oh, oh. Oh, oh. Was? Oh, oh, oh. Oh, oh. Scheiße. Oh, oh. Oh, oh. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, da, da. Oh... Oh So Ja klar, ich kann nichts aufnehmen, oder was? Was hab ich denn schon wieder als für den Scheiß? Was kann ich denn nicht geboren? Das boh ich vielleicht nicht mehr. Nein, Schüsse brauche ich auf jeden Fall. Ah, komm, die beiden brauche ich auch nicht. Was ist sonst noch in mir? ja klar ja klar ja guck ich nicht, ich hab 3 stück davon wo muss ich denn jetzt, ah ich muss jetzt da oben da kann ich rein da oben komm um mir rein komm so jetzt muss ich da hinten ihm passiert das gleich ich schissen, ich hab keine munition oh ne da ist die los oh 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 Und? Hast du ein Serum gefunden? Musst du mich mit deiner Mama in ihren verdammten Käfern rumschlagen? Eine Warnung wäre nicht schlecht gewesen. Das tut mir leid. Was ist mit dem Serum? Hab keins gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Ein Kopf und Arm einer D-Serie. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf? Ich glaub, den hab ich hier irgendwo rumliegen. Hast du? Ich weiß aber nicht, wo der Arm ist. Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay. Schau dort nach. Komm zum Wohnwagen, wenn du ihn hast. Dann werden wir da rum, dass das nicht so einfach geht. Hm. Dann gehen wir da rum. Das war's für heute. Wasser wollen hier, eine antike Münze, sehr schön. So, kommt dann das Ding ab. Hier gehen wir los hier ab, kaputt noch. Ah! Oh! 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 Lass mich raten, ich muss hier runter. Ich glaube, bevor ich die verfolge, mache ich erstmal hier eine Pause. Auf Wiedersehen! Okay. Oh! Oh! Oh!